so herzlich willkommen zur nba live 96 also 1996 ein bisschen älter und wir hatten erst tatsächlich ein basketbeispiel wenn man das so sagen darf total nba 95 und das war erst von der woche oder so also der europa release hat sich da wirklich eine woche oder irgendwas unterschieden das müsste aber das erste von elektronik arts sein und baut natürlich dann aufeinander auf ist das erste für die playstation und das nächste ist dann das ja kommen wir machen jetzt einfach mal los vielleicht könnte man auch mal in die options gehen und die benutzen wir dieselbe technik ok kannst du keine schwierigkeit einstellen dann weiß es war noch nicht drin fängt jetzt an oder was nein doch was hier select oder start zum verlassen start ich auch geld das start zum verlassen ist ok und wir wollen jetzt starten ok orlando gegen houston machen wir doch kommen gewinne ich mal sehen ob die steuerung gleich ist cool playstation 1 controller der sich dreht und wie man sieht noch keine dual sticks dran noch keine die dinge weil das ganze ja noch nicht erfunden war was heißt noch nicht erfunden die playstation 1 hat es noch nicht kam erst später dann kam der 98 oder so wir schauen loading gibt es hier sonst auch irgendwas genau selbe genau die die kamera position dieses virtual stadium von ea kam da glaube ich zum erst mal die zum zweit mal zum einsatz bei fifa 96 war glaube ich früher oder fand ich das andere verschicke und wir haben fliegenden ball ok sehen so ein bisschen bisschen lustig aus die spieler ok ist aber flüssiger vom vom spiel ja so x ist pass ok heißt es ist gut hat gut geklappt was denn bei gespielt schade er hätte aber fangen können doch hat er schade ja doch doch ich merke den unterschied l1 ne wo ist spieler wechseln defensives vor aber wie ok also es wesentlich wesentlich schneller kein plan die steuerung ganz ganz anders als beim anderen ok vierecke ist und wir abnehmen schade wo ist der ball da ok schade ich weiß auch nicht ob man rennen kann oder nicht schakel o'near spielen war easy läuft gar nicht mal ganz schlecht was denn war da nix war einfach nur ball gespielt siehst du sag ich doch war ich am aus oder wie war ich am aus oder wie fast die geräusche wenn er hinfliegt ja sehr sehr schön 8 zu viel alter ah keiner nimmt den ball auf achso ok war aber ein leichtes foul nein 8 zu 6 komm den machen wir jetzt aber rein auch knapp schade es hat die frage ob es aus der position überhaupt gegangen wäre hau weg na usa du siehst hier siehst du nicht wo der ball ist ich hab den einfach nur umgeschmissen der hatte doch nicht mal einen ball 10 shots sehr schön 10 zu 6 oh geht weiter wuss er hat so früh auch gedrückt ne defensive foul es geht hier aber wesentlich brutaler als bei total NBA ab und die anzeige war beim anderen besser trifft er nicht 10 zu 7 na zählt er nicht ok also x ist ne warte mal zur seite drücken und x ist wechseln hat er nicht gemacht sehr schön 12 zu 8 ich hab keinen plan wie du rennst na 12 zu 8 also das war jetzt die das erste viertel viertel ne ja bin profi weiß das nirn die position besser besser so rennen renne 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 so umgeschmissen schade ich habe nicht mal was gedrückt glaube ich wer weiß nein hau ihn um hat er nicht wo bin ich ach da irgendwo im aus naja super halte umgeschlossen ne komm holen dir holen dir bin ich nicht im ausgewiesen erzähl nicht da hat o'neill das tor gemacht äh korb sorry ist ja auch ein tor irgendwie wo bin ich verdammt nochmal ich bin gar keiner gerade oder komm nimm 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 sehr schön 20 zu 8 läuft besser als im anderen schubs einfach schubs einfach schubs doch was dann ja 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 schade das wäre richtig schön gewesen immer noch kein plan wie ich in früher witzel nicht schlecht 20 zu 11 natürlich das ist dann richtig so ein dumpfes geräusch wie die aufkommen konnte auch nicht konnte auch nicht das wäre traumhaft gewesen 20 zu 13 wird enger wird enger was denn ball gespielt 20 zu 15 ah wer zu schön da gibt es hier wirklich kein aus oder was so so schwer zu sehen wer den ball überhaupt hat 20 zu 17 weil ich das jetzt echt noch verliere sehr schön ah wieso wieso oh easy ich wollte gerade sagen wieso laufe ich nicht näher ran wechseln spieler ja ich habe ihn aber auch einen weg frei gemacht 22 zu 19 komm den macht man noch ein der wäre so schön gewesen na gut das war es oder wie ne halbzeit so stark muss ich tun ist das verwöhnt immer schade 21 also 22 zu 21 nah zu lange gewartet hat er nicht wo bin ich hau da drauf das gewinnt die echt noch sehr schön wir führen noch ich bin auch Orlando oder keine ahnung kann doch aber auch nicht sein dass sie jedes mal von denen Treffer ist und weg rennen ah schade ja war drinnen ja sehr schön sehr schön 28 zu 25 jo war ein Foul sehr schön 30 zu 27 bleibt spannend ich kann aber nichts drücken wenn ich da stehe kann ihn mal einer von mir nehmen irgendwie oh ein Punkt ein Punkt mehr noch drinnen 32 zu 29 so soll es sein wie oft denn noch unglaublich der stand frei da vorne 32 zu 31 ja Zeit ja ist noch oh wir haben zu schön gewesen zu schön ja kann es noch vergessen ah sie führen eine Halbzeit kommt noch ne Gleichstand ist gut ist gut jetzt oh komm jo sehr schön 36 zu 34 Zeit läuft äh wir sehr schön ja jetzt wird spannend zwei Punkte noch ne kann noch unangenehm werden so soll es sein sehr schön ich merke immer auf den anderen Spieler zu rennen und einfach Kreis drücken ja das war es ah schade so genau so so 40 zu 34 jetzt haben wir es doch wohl oder na komm hau'n doch weg ne ne ach komm 40 zu 36 wie lange haben wir zwei Minuten 19 ah schwierig schade renne 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 hat er nicht oh wäre zu schön ich glaube aus der Drehung ist auch immer blöd Kamekameha oh alter alter ich hätte ja gern gesagt das war geplant war so alter äh ich glaube ich habe eine neue Sportart für mich entdeckt habe ich mir noch Zeit gelassen wusste das wird steht da aber auch frei war meine Schuld von wem was ja reicht jetzt auch ist ja schon 47 zu 36 eine Minute zwölf noch na ne der hat er ok den hätte er sich verdient na na dachte ich mir fast sehr schön 50 zu 36 na komm der hätte aber gehen können sehr schön 52 zu 36 na auf ja sag mal ja komm sehr schön 54 zu 36 einfach so ich kann 56 zu 36 schade ne ja würde sagen das war das ähm das war NBA live 96 natürlich später wurde es dann ne das heißt es nicht mehr live ich hoffe rum zu quatschen wenn es euch gefallen hat gerne Daumen nach oben wir sehen uns in den morgen morgen kommt wieder ein Part 16 Uhr gehen ja alle Playstation 1 Spiele mal so ein bisschen durch wünsche euch noch einen schönen Abend bis dahin bis dahin